Beachte bitte unseren Disclaimer. Herr Doktor, ich brauche dringend eine Bestätigung, dass ich krank bin. Aber was fehlt Ihnen denn? Die Bestätigung. Hallo und herzlich willkommen bei deinem neuen Video von Modern Value Investing. Mein Name ist Philipp und wir wollen versuchen, dich mit aktiven Investmentideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investmentidee mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Diese Woche habt ihr in unseren QuickCheck gewählt, ja, Teladoc Health. Und Marcel und ich finden dieses Unternehmen so spannend, dass wir es heute uns noch einmal genauer anschauen möchten, weil hier gibt es ein Powerhouse, also wirklich ein Gigant ist hier entstanden im Bereich Telemedizin, aber es gibt auch noch einen anderen spannenden Bereich, welchen man einfach jetzt sich mit dazu gekauft hat, durch die Übernahme von Levongo. Aber mehr verrate ich jetzt gerade nicht, denn wir starten jetzt erstmal mit den Fakten. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2002, hat ihren Sitz in Dallas, Texas, hat ca. 2000 Mitarbeiter, ist im Bereich Diabetes und Telemedizin tätig und der CEO ist Jason Gorbic. Schauen wir uns das Geschäftsmodell an. Teladoc Health bietet virtuelle Gesundheitsdienste an, also z.B. Telemedizin per iPad, per PC, per iPhone oder natürlich auch per Smartphone, sollte ich besser sagen. Das Unternehmen bietet zusätzlich jetzt auch die Enter Levongo Plattform an, die die Wissenschaft und Technologie der Daten nutzt und eine personalisierte Erfahrung für Menschen mit chronischen Krankheiten schafft. Und das ist wirklich unglaublich. Also du z.B. bist Diabetiker, benutzt diese App und dann erinnert dich diese App daran, dich mehr zu bewegen, dass du mehr trinken sollst, was du wann essen sollst. Vorteil ist hier, die Patienten sparen bares Geld, weil sie müssen natürlich ja die teuren Diabetes-Medikamente z.B. in der USA selber bezahlen. Aber überleg dir mal, was das auch für unser Gesundheitssystem bedeuten würde, wenn wir eine App hätten, die es Diabetikern erleichtert, gesünder, länger und kostengünstiger zu leben. Ich finde es hervorragend. Wer möchte hier am meisten von dieser Aktie profitieren? Sprich, wer sind die 5 größten Einzelaktionäre? Auf Platz 5 haben wir Dennis Associates mit 4,11%. Bailey Gifford 4,31%. Kinevik AB 5,17%. Die Vanguard Group 6,25%. Und General Catalyst 7,54%. Du siehst, mehr als 15% aller Aktien sind in festen Händen von großen institutionellen Investoren. Aber ich finde, das ist auch in Ordnung, weil sie wollen immer mehr und mehr Rendite für ihre Aktionäre, für ihre Shareholder erwirtschaften. Und das bedeutet auch für dich. Schauen wir uns an, wo werden eigentlich die Umsätze erzielt. Wir haben jetzt drei Segmente. Vor der Livongo-Übernahme hatten wir nur zwei. Einmal eine Access-Fee, welche für 64% des Gesamtumsatzes steht. Was ist das für eine Fee? Das ist, wenn du dir jetzt z.B. die Teladoc-App runterlädst, um virtuell über Telemedizin mit einem Arzt zu sprechen, zahlst du einen Grundbeitrag im Monat. Dazu gibt es noch eine Visit-Fee. Diese steht für 12% sämtliche Umsätze. Und das bedeutet natürlich, zahlst du dann auch nochmal pro Besuch. Bei uns, aber auch in der USA, würden das z.B. auch teilweise die Krankenkassen mit übernehmen. Dann haben wir jetzt ganz neu, dank der Livongo-Übernahme, Consumer Digital Health Platform. Und das ist, wie gesagt, diese Plattform, die man für Diabetiker geschaffen hat. Aber natürlich auch für z.B. Menschen mit Adipositas, die sich dann einfach besser, gesünder ernähren und bewegen sollen. 85% aller Umsätze werden in der USA erzielt und 15% nur im internationalen Bereich. Das heißt, wir haben international noch viele Möglichkeiten hier zu wachsen als Teladoc-Health. Jetzt kommen wir zum Chart. Und wer könnte das natürlich besser als Marcel? Marcel, bitte. Schauen wir uns gemeinsam den Chart von Teladoc an. Und der sieht auch langfristig richtig, richtig bullig aus. Es ging seit jetzt fast vier Jahren nur bergauf. Immer wieder mal nur kleine Rücksetzer. Also sprich, neues hoch, neues hoch, neues hoch. Und die Tiefs waren nicht unbedingt sehr, sehr stark abverkauft. Also das sieht schon wirklich stabil aus. Und so kam es auch, dass der Anstieg in den letzten Jahres bis Sommer diesen Jahres rasant verlief. Als Corona-Profiteur ist Teladoc natürlich bekannt. Und dann kam die Ankündigung der Livongo-Übernahme. Da kam dann Verkaufsdruck in den Markt. Und jetzt ist der Kurs mittlerweile in einer Seitwärtsphase übergegangen. Man hat sogar kurzzeitig den gleitenden Durchschnitt 200 Tage geschnitten. Doch das konnte dann doch relativ schnell wieder hochgekauft werden. Bei 200 Dollar ist aber wieder ein Widerstand. Deswegen hier wird es jetzt spannend, was passieren wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es nochmal Verkaufsdruck reinkommt in den Kurs. Und dann auch vielleicht nochmal Chartmarken von 150 Dollar angefahren werden. Irgendwo in dem Bereich zwischen 150 und 160 kann man durchaus kaufen. Das sind auch hier nochmal die lokalen Tiefs, die zur Unterstützung dienen und dann eine Trendbewegung in Gang setzen könnten. Wer wirklich langfristig überzeugt ist, kann diese Chancen nutzen. Ich selber werde das wahrscheinlich auch machen. Also, wir sind gespannt, wie es hier weitergeht. Und bis dahin gehen wir erstmal zurück zu Philipp. Vielen Dank Marcel. Und jetzt kommen wir zu Chancen und Risiken. Und ich sehe persönlich drei Risiken. Punkt Nummer 1. Die Post-Covid-19-Ära. Ich frage mich einfach, wie viel bin ich bereit zu bezahlen, damit ich nicht zum Arzt gehen soll. Also, ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel eine telemedizinische Plattform mich Privatgeld kostet. Und ja, ich würde dafür bezahlen, weil ich aber auch ein anderes persönliches Verhältnis zu Dienstleistungen habe. Aber wenn ich sehe, zum Beispiel in Deutschland, wie viele Menschen ja doch zu Tankstellen fahren oder zu einer anderen Tankstelle, die 10, 15 Kilometer weit weg ist, um damit sie am Ende vielleicht 30 Cent sparen, bin ich mir nicht sicher, ob bei diesem Geiz ist geil auch die Leute wirklich für Telemedizin bezahlen würden, wenn die Krankenkasse es nicht bezahlt. Ein weiteres Risiko sehe ich im internationalen Geschäft. Ich sehe es so, jedes Land hat seine eigenen Regeln, was zum Beispiel auch Telemedizin angeht. Und es dürfte schwer sein, für Teladoc Health hier neue Märkte relativ rasch zu erschließen. Außer es gibt natürlich bald mehr liberalere Regeln. Ja, ein letztes Thema, was ich noch mit zu bedenken geben möchte, ist bei diesem ganzen Thema, wir hängen den Datenschutz ja zum Beispiel in Deutschland und in Europa sehr hoch. Und das könnte natürlich auch eine, ja, künstlich geschaffene Eintrittsbarriere von Teladoc Health zum Beispiel in den internationalen Markt darstellen, wenn man nach Europa kommen möchte. Aber das sind nur einige Risiken. Chancen sind natürlich auch, dass es extremst bequem ist, einfach den Arzt per App anzurufen und nicht mehr persönlich hinzugehen müssen bei jeder Kleinigkeit. Aber warum muss man bei jeder Kleinigkeit zum Arzt gehen? Jetzt schauen wir uns natürlich an, wer ist hier die Peer Group? Und ich möchte nochmal mit vorausgeben, dass CVS Health hier in diesem Bereich auch sehr viele Ideen hat, auch mit der Ätnerübernahme, kann man natürlich auch hier Krankenversicherer und solche Dienstleistungen wunderbar miteinander kombinieren. Oder auch Amazon. Amazon hat letztes Jahr schon bekannt gegeben, sie wollen mit Amazon Care auch eine Art Telemedizinbereich starten. Und das könnte natürlich auch hier direkt zu einer Konkurrenz führen. Und Amazon hat natürlich einen großen Vorteil, welchen zum Beispiel Teladoc Health noch nicht hat. Amazon hat deutlich mehr Kunden. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten zu Teladoc an. Und wir sehen, wir haben einen Qualitätsscore, 7 von 15 Punkten. Was wird bemängelt? Einmal, dass wir kein wirkliches EPS-Wachstum haben. Dafür geht es aber stabil nach oben. Die Eigenkapitalrendite, die Rendite auf das eingesetzte Kapital, die Nettogewinnmarge ist auch noch nicht hoch. Die Volatilität gibt auch hier zu denken, also den Qualitätsscore. Wir haben die EBIT-Verschuldung, EBIT-Zinszahlung ist negativ oder wird negativ, ja, bewertet vom Qualitätsscore. Und das zu hohe KUV von über 50. Aber die Durchschnittsperformance der letzten 5 Jahre gibt Investoren recht 41,58%. Und aus 1000 Dollar, die du im Jahr 2015 investiert hättest, wären schon 6541 Dollar gewonnen. Der Dividendenscore 3 von 15 und der Wachstumscore 7 von 15. Schauen wir uns bei Daten und Graphs jetzt mal weitere Sachen an. Und hier sehen wir natürlich als allererstes, die Anzahl der Aktien geht nach oben. Auch dieses Jahr, wieso, weshalb und warum, natürlich durch die Levongo-Übernahme. Levongo-Aktionäre haben neue Aktien bekommen. Das EPS ist immer noch negativ, soll aber ab 2022 positiv sein. Die Ausstellungsquote, wir sehen, es gibt noch keine Dividende. Eigenkapital, es steigt und ist stagnierend seit 2018. Unternehmensentwicklung und hier sehen wir ganz schön, die Umsätze gehen nach oben, das EBIT geht nach oben. Und ab 2022 soll es auch einen Gewinn geben. Man muss sich natürlich bewusst sein, dass wenn man jetzt in Teladoc investiert, man einen sehr hohen Preis dafür bezahlt. Ein KUV von über 50 und ein KGV gibt es natürlich noch gar nicht. Die Eigenkapitalquote ist sehr schön mit 65%. Die Fremdkapitalquote liegt bei 35%. Schauen wir uns die Bilanzentwicklung an. Und hier sehen wir, seit 2015 geht die Eigenkapitalquote nach unten, die Fremdkapitalquote steigt. Hier wäre natürlich wichtig, einfach mal zu schauen, wie viele Zinsen zahlt man denn wirklich auf das Fremdkapital. Die Profitabilität, auch die Bruttomarge sinkt, dafür steigt aber die EBIT und die Gewinnmarge. Bei den Daten sehen wir folgendes. Umsätze steigen, Gewinne, also Gewinn je Aktie soll auf 2022 positiv sein. Der Petrovski-Escore. 5 von 9 möglichen Punkten. High Growth Investing. 10 von 16. Dividendenadel 0 von 4. Die Bilanz geht zurück bis 2013. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen zurück. Schauen wir uns jetzt an, was raten eigentlich die Analysten. Und ich habe gar nicht so viele Hände. 15 raten zum Kaufen, 4 zum Aufstocken, keiner rät zum Halten, keiner zum Reduzieren, keiner zum Verkaufen und keiner ist ohne Meinung. Das ist schon beachtlich, wenn 19 von 19 Analysten eigentlich dazu raten, dieses Unternehmen zu kaufen oder wenn du es hast, sogar noch aufzustocken. Das höchste Kursziel eines Analysten ist 52% vom aktuellen Stand entfernt. Das durchschnittliche Kursziel ist noch 23% vom aktuellen Stand entfernt und das niedrigste Kursziel aktuell minus 8,5% vom aktuellen Kurs entfernt. Also du siehst, nach oben ist enorm Luft, 52% und nach unten könnte man sagen, ist ein Boden bei minus 8,5%. Schauen wir uns jetzt an, wie sind eigentlich die Aussichten und wir sehen, dieses Jahr soll Teladoc Health über eine Milliarde Dollar Umsatz machen. Das EBIT soll immer noch negativ sein, aber das EBITDA ist schon positiv und der Gewinn je Aktie minus 1,42 Dollar. Im Jahr 2022 soll sich der Umsatz schon mehr als verdoppelt haben. Das EBIT soll mit 124 Millionen US-Dollar auch schon positiv sein. Das Nettoergebnis soll positiv sein und der Gewinn je Aktie soll schon bei 28 Dollar Cent liegen. Das ist wirklich enorm und das ist wirklich schönes Wachstum. Schauen wir uns jetzt an, was sagt eigentlich FastGraphs und ja, wir haben noch keine Gewinne, deswegen habe ich es auch hier mal nicht nach dem Gewinn beurteilen lassen, sondern nach dem Cashflow. Und wir sehen, der Cashflow soll jetzt richtig anziehen. Das ist die blau gestrichelte Linie und ja, wir könnten eigentlich vom Kurs her doch relativ attraktiv bewertet sein, wenn wir davon ausgehen, dass die Cashflows sich wirklich so entwickeln. Schauen wir uns jetzt an die Ratings. Hier ist natürlich wie immer uns als Anleger auch wichtig das CSR und das ESG Rating. Und hier kommt Teladoc Health nur auf 50% und das finde ich doch schon enorm, weil es ist gar nicht so ein gutes Rating, wie ich jetzt erwartet hätte. Wieso, weshalb und warum muss auf jeden Fall nochmal nachgelesen werden. Schauen wir uns weitere Scores an. Der Levermann-Score 0 Punkte verkaufen. Der Petrov-Scare-Score 5 von 9 möglichen Punkten, der Qualitäts-Score 7 von 15, der Dividenden-Score 3 von 15 und der Wachstum-Score 7 von 15 Punkten. Also es ist doch relativ durchwachsen, was aber auch, wie der Name schon sagt, für ein Wachstumsunternehmen doch sehr akzeptabel ist. Jetzt möchten wir dir noch einmal ganz kurz unseren Aktien-Podcast ans Herz legen. Diese Woche haben Marcel und ich darüber gesprochen, ja, über mein Depot, wenn es dich interessiert, wie mein Depot aufgebaut und strukturiert ist. Schau mal da nach unserem Aktien-Podcast. Ganz einfach Aktien-Podcast. Und natürlich diesen gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt schauen wir uns an die Einteilung nach Peter Lynch. Und wir gehen davon aus, dass wir hier ein nicht-zyklisches Unternehmen haben. Wir haben einen Fast Grower, das heißt, wir haben ein hohes Gewinnwachstum über 10% plus eine mittlere Dividende, die gibt es hier aktuell noch nicht. Peter Lynch würde empfehlen Buy and Hold, aber dem ist natürlich nicht genug. Wir starten als allererstes mit der Checkliste für Investoren. Und hier ist natürlich Punkt Nummer 1, haben wir ein verständliches Geschäftsmodell. Telemedizin. Wir verdienen Geld dadurch, dass Menschen überhaupt erstmal auf unsere Plattform kommen. und dann verdienen wir natürlich auch Geld mit jedem Arztbesuch. Dazu unterstützen wir Diabetiker, auch noch gesünder zu leben und sich zu ernähren. Ich finde, es ist ein unglaublich gutes Geschäftsmodell. Deswegen gibt es von mir Schulnote 1 sehr gut. Des Weiteren glaube ich, dass das Unternehmen in 15 Jahren erfolgreicher sein wird als jetzt. Ja, ich glaube das tatsächlich. Der Trend zur Telemedizin und zum gesünderen Leben ist meines Erachtens nach nicht mehr aufzuhalten. Und fast jeder, der die App zum Beispiel von Livongo benutzt, ist begeistert. Hier auch eine Schulnote 1 sehr gut. Kennen wir die Segmente? Ja, wir haben es gesehen. Es gibt drei Stück. Und wo werden Umsätze und Gewinne erzielt? Und ich kann leider hier nur Schulnote 4 geben. Warum? Weil mehr als 85% der Umsätze in der USA erzielt werden. Ich würde hier ganz gern mehr Expansion sehen. Man überlege nur, wie viele Diabetiker gibt es zum Beispiel auch in Asien. Machen wir weiter. Ja, natürlich haben wir nach Peter Lynch einen Fast Grower. Das bedeutet Buy and Hold. Aber wir machen natürlich jetzt wie immer nicht Schluss. Nein, wir schauen uns an die Checkliste für Fast Grower. Und hier ist Punkt Nummer 1. Wie ist eigentlich das Wachstum? Und du siehst, im Jahr 2017 hatten wir noch einen Verlust von 1,93 Dollar. Und jetzt sollen wir im Jahr 2022 schon ein Gewinn von 28 Dollar haben. Das gefällt mir hervorragend. Schulnote 2. Punkt Nummer 8 ist natürlich, dass die Fantasie hier den Kurs macht. Und das muss dir ganz klar sein. Setz dich auf jeden Fall nochmal mit mehr Chancen und mit mehr Risiken auseinander. Und treffe am Ende deine eigene Entscheidung. Ob ich kaufen würde? Ja, ich würde kaufen. Ich finde dieses Unternehmen hochspannend. Man ist hier voll in einem Zukunfts- und Megatrend mit dabei. Punkt Nummer 10. Wie ist eigentlich jetzt die Hausaufgabe? Geschäfts- und Quartalsberichte lesen, sich seine eigene Meinung bilden und sich definitiv weiter mit Chancen und Risiken auseinandersetzen. Insgesamt, finde ich, haben wir hier ein gutes Unternehmen. Schulnote 2. Jetzt möchte ich dich bitten, schreib uns doch gerne mal in die Kommentare. Was hältst du von Teladoc Health? Hast du es im Depot? Überlegst du hier noch bald einzusteigen? Wo siehst du Stärken und Schwächen? Und jetzt bleibt mir eigentlich schon eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Wohlenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, bleib bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao.